Hallo! So, bevor wir heute mit dem neuen Video starten, möchte ich mich einmal für das Feedback für das letzte Video bei euch bedanken. Ich habe da ganz fleißig kommentiert und Nachrichten geschrieben und da habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr doll drüber gefreut, weil es sozusagen mir gezeigt hat, dass ich nicht alleine mit dem Problem sozusagen dastehe, beziehungsweise, dass das auch Menschen interessiert und ja, das war natürlich ein tolles Gefühl, so viel Feedback zu bekommen und für alle, die jetzt sagen, okay, wovon redet der? Ich verlinke euch das Video einmal oben, müsst ihr euch da mal anschauen, dann wisst ihr, worum es geht. An alle anderen, Dankeschön, das ist ein tolles Gefühl und ein tolles Gefühl ist auch so ein Kantenschleifer und für alle, die jetzt sagen, ja gut, aber schleifen kann ich auch mit einem Schleifgerät, ja und nein. Wir gucken uns heute mal an, was so ein Kantenschleifer für Vorteile hat und warum es gerade für mich eigentlich fast nicht mehr wegzudenken ist. Also, los geht's! Das ist massive Eiche und das waren nur ein paar Sekunden. Ich denke, jeder, der jetzt die Frage hatte, wofür braucht man einen Kantenschleifer, das Ding haut voll rein. Also, jeder, der was schleifen möchte, also auch, sage ich mal, in einem professionellen oder auch Fertigungsumfeld, der viele Flächen schleifen muss, der vielleicht auch mal Rundbögen ausschleifen muss, das dauert mit einem Schleifgerät wesentlich länger, als das gerade gedauert hat. Also, du kannst das da theoretisch einfach voll reindrücken. Und, ja, das ist relativ raues Schleifpapier, aber das Ergebnis ist natürlich super fein, durch die Geschwindigkeit einfach. Also, das wäre jetzt schon mal so ein Grund, wofür man einen Kantenschleifer braucht. Aber das lässt sich natürlich, das ist jetzt ein Anschauungsbeispiel, natürlich auch auf die Spitze getrieben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich die Spitze abgehobelt habe, sozusagen. Der Witz ist natürlich, ich arbeite viel mit runden Formen. Das heißt, wenn wir uns jetzt einfach mal so was hier vorstellen, wenn das jetzt die Innenfläche von der Rückenlehne wäre, da komme ich mit meinem normalen Schleifgerät natürlich überhaupt gar nicht rein. Dafür ist der Radius zu groß vom Schleifgerät. Man kann mit den Kanten arbeiten, dann macht man den Schleifteller kaputt. Das Theater hatte ich lange genug und dafür sind die Schleifteller auch einfach auf Dauer zu teuer. Und das Ergebnis wird nicht wirklich gut. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, ich kann mit einem Pfeil oder mit einem Zieheisen vielleicht arbeiten. Klar, das können wir alle machen, aber zeitlich ist das eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich jetzt sage, ich gehe hier an meinen Kantenschleifer. Ich habe ja hier zum Beispiel auf der linken Seite extra für Radien noch eine Fläche. Und damit kann man natürlich wesentlich besser arbeiten, wesentlich effizienter. Und gerade bei Rückenlehnen ist das natürlich perfekt. Und was ich vorhin angesprochen hatte, hier spukt es neuerdings, ja, was ich vorhin gesagt habe mit den Kufen genauso. Also ich habe seit einer ganzen Weile so einen Prototypen für einen Schaukelstuhl, den ich noch ein bisschen geheim halte, in Anführungszeichen. Und da ist es genau das Gleiche. Also eine lange, leicht gebogene Form perfekt auszuschleifen. Gerade wenn man zwei hat, die gleich sein müssen, geht eigentlich nur mit einer Fräse und einer Schablone. Aber hier ist es natürlich möglich, die beiden Teile einfach mit doppelseitigem Klebeband aufeinander zu kleben und sie dann gleichzeitig zu schleifen. Und das Ergebnis ist perfekt. Und deswegen ist so ein Kantenschleifer super. Ich kann euch ja einfach einmal die Radiusseite nochmal zeigen, wie das hier aussieht. So, jetzt ist die Kamera ausgegangen und ich glaube, das Tongerät auch. Und ich habe eindeutig gemerkt, warum man solche Jahresringe beachten sollte. Mein Anschauungsobjekt ist in meinen wunderbar starken Fingern gerade zerbrochen. Also ich weiß nicht ganz genau, wann sie ausgegangen ist. Was ich gesagt habe, ist, wir gehen mal rüber, um uns den Radius anzugucken. Was jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt ist, weil ich jetzt schon hier stehe. Aber hier sehen wir einfach, warum das einfach super sinnvoll ist. Wenn ich hier meine gebogene Fläche habe, dann kann ich hier an diesem natürlich passenderweise sehr klein gewählten Radius perfekt meine Rundung ausschleifen. Und das ist etwas, ja, da weiß ich gar nicht genau, was ich sagen soll. Weil das kannst du eigentlich mit keinem anderen Gerät super gut machen. Es gibt natürlich diese kleinen Spindelschleifer, die, soweit ich weiß, auch ein ganz gutes Schleifergebnis haben. Aber für mich fehlt da einfach die Kraft. Also ich kann nicht an so einer Rundung drei Stunden rumschleifen, nur weil das Ding so klein ist. Das macht einfach keinen Sinn. Und ihr habt ja eben gerade gesehen, was bei der massiven Eiche passiert. Das ist natürlich bei einer Rückenlehne wesentlich feiner das Holz. Das, was ausgeschliffen werden muss, ist wesentlich weniger. Das heißt, wenn ich an solchen Flächen hier die Möglichkeit habe, das gut auszuschleifen, mir hier eventuell sogar noch einen Winkel einzustellen. Das heißt, ich kann die Rundung schleifen und auch noch eine Schräge gleichzeitig. Also das, ich kann euch das ja mal zeigen, was ich meine. Ich kann ja hier ohne Probleme meinen Tisch einfach auch nochmal ankannten. Und dann geht der Spaß ja hier erst richtig los. Weil dann kommen wir auf einmal in Formen, die so gar nicht so einfach herzustellen sind. Gerade bei rundem Material da noch eine schöne Kante dran zu hauen. Ohne Kantenschleifer relativ schwierig. Ist natürlich schon relativ fortgeschritten. Das muss man auch sagen. Das muss man jetzt nicht jeden Tag machen. Aber ich denke, für solche Rundungen alleine schon lohnt es sich extrem, darüber nachzudenken. Und genauso natürlich auch auf der langen Fläche. Ich schaue mich hier mal eben um, ob ich was langes habe. Eine Sekunde. Ich habe was längeres als Anschauung hier. Also wir haben jetzt hier ein längeres Stück Holz. Wenn ich hier die ganze Fläche schleifen will, ist das natürlich ein ganzes Stück. Das ist in diesem Fall jetzt natürlich zu groß. Aber wenn ich hier den Anschlag noch weg mache und den Tisch ein bisschen runterfahre, dann habe ich jede Menge Fläche, die ich auf einmal schleifen kann. In einer hohen Geschwindigkeit. Und wie wir bei dem Stück Eiche gesehen haben, das ist ja auch Hirnholz hier oben. Das muss man auch nochmal sagen. Das ist glatt wie Papier. Also das ist natürlich echt klasse. Das kriegt man so in der Geschwindigkeit nicht so leicht hin. Dadurch, dass die Maschine auch leicht oszilliert, haben wir natürlich auch keine Schleifspuren, so wie wir das bei den Exzenterschleifern natürlich auch haben. Das ist also, sage ich mal jetzt, nichts Außergewöhnliches. Was wir aber auch machen können, fällt mir gerade ein. Wir können auch hier die Schleifeinheit kippen. Das heißt, auch hier ist es möglich, zum Beispiel, wo ist mein Anschauungsobjekt? Hier, dieses Stück, also diese untere Kante, diesen Winkel, auch so zu schleifen. Das ist natürlich in mehreren Richtungen möglich. Es funktioniert so, natürlich nicht an der Rundung. Aber es wäre auch in dieser Orientierung möglich. Und das, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, fast wie bei der Hammermaschine. Das sind einfach Sachen, die machen mir meinen Arbeitsalltag so viel einfacher und so viel schneller und so viel präziser, effizienter. Deswegen habe ich einen Kantenschleifer. Also, ja, das ist die Begründung. Und jeder, der sich fragt, lohnt sich das? Ja, also ich denke, in einem professionellen Bereich kann man gar nicht sagen, dass es sich nicht lohnt. Weil da geht es natürlich immer auch um Zeit. Und auch bei jemandem, der vielleicht im Hobbybereich ist und sagt, ich habe am Wochenende nur eineinhalb Tage Zeit, um meine Projekte zu bauen. Und damit schreibst du deine Rundung in zehn Minuten aus, anstatt in zwei, drei Stunden, je nachdem, wie du es machst. Und das, ich meine, das hebt das Ganze weiter nach vorne. Der Fertigungsprozess wird schneller, wir bekommen bessere Ergebnisse. Und jetzt klingelt mein Telefon. Tschüss. Entschuldigung. Heute ist so ein bisschen der Wurm drin. Ja. Das tut mir so ein bisschen leid. Das Video ist so ein bisschen durcheinander. Aber vielleicht ist das eigentlich auch ganz gut. Denn das, was ich ja euch eigentlich nur zeigen wollte und sagen wollte, ist, warum so eine vielleicht eher ungewöhnliche Maschine für professionelle, aber auch für Handwerker oder Heimwerker super sinnvoll ist. Und ihr wisst ja, dass ich, ich habe ja nicht so viele große Maschinen. Ich habe eigentlich nur wirklich große Maschinen, drei Stück. Nämlich meine Formatkreissäge, so wofür ich die brauche, ist relativ selbsterklärend. Meine Abrich-Dickenhobel-Kombination. Auch da wisst ihr natürlich, da komme ich gar nicht drum rum. Und beim Kantenschleifer ist es eigentlich genauso. Also sobald ich Projekte mache, die, sagen wir mal, auch über die Videoprojekte hinausgehen, ist so eine richtig gute Arbeitsmaschine einfach kaum wegzudenken. Denn wenn man so schnell Material wegschleifen kann, so präzise, man hat ja hier ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, dann macht einem das das Leben einfach einfacher. Und ja, das ist ja eigentlich eine feine Sache. Dafür sind ja Maschinen meiner Meinung nach auch gedacht. Die ganzen super anstrengenden Verbindungen, wie und was und noch immer, das können wir ja immer noch von Hand machen. Aber solche Sachen kann gerne die Maschine machen. Das Schleifen, das gebe ich gerne ab. Ja, und ich würde sagen, es ist eine simple Maschine. Also so viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer warum ich sie sehr, sehr gerne habe, warum ich sie habe und wofür ich sie einsetze. Und ja, ich denke, das habe ich alles soweit erklärt. Und jeder, der gerne wissen möchte, was ich für eine habe, ich rufe mal ganz laut Renenmaschinen. Denn, das muss ich auch ganz ehrlich noch sagen, ganz viele Maschinen sehen furchtbar aus. So, dass ich, also ich bin jemand, der mit Ästhetik arbeitet und viele Maschinen sehen einfach auf gut Deutsch scheiße aus und haben irgendwie kein Farbkonzept und nichts. Und was ich ganz ehrlich sagen muss, ist, das Ding sieht auch einfach mega geil aus. Also ich finde, das sieht einfach stark aus. Das macht was her. Das passt gut in die Werkstatt. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Die Firma kommt auch direkt aus Deutschland. Das kann man auch unterstützen. Gibt es auch nicht mehr so viele Firmen, die sowas machen. Denn genug, ich habe genug erzählt. Das Video ist jetzt zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal, denn es kommen ja noch mehr Videos. Wenn ihr eine Frage zu der Maschine habt, dann schreibt die einfach unten als Kommentar. Ja, und ich würde sagen, das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ja, und ich würde sagen, das war es für heute.